Ein herzliches Salo und Willkommen, wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Dämonenjäger an, genauer gesagt den Startup-Bild aus Season 18. Für die, die es noch nicht gesehen haben, es ist das Marodeur-Set, also das gibt es wie immer aus der Season geschenkt. Für die ersten vier Etappen kriegt ihr alle sechs Items. Dazu nehmen wir dann einen Multischussbogen, ich werde gleich erklären warum, und einen Bombenrucksack. Wie bereits gewohnt und wie wir das halt immer machen, die Startup-Bilds werden komplett ohne Paragon gespielt, weil sonst wäre es ja auch kein Startup-Bild. Wir haben jetzt hier so an die 9000 Geschicklichkeit, das ist eben ein bisschen über den Startup rüber, bei einer Million Schaden, 40 Millionen Sehigkeit, und hier habt ihr die restlichen Werte 55, 319, 31% ab Klingzeit. Vom Starter-Set her erwarten wir uns nur eines, dass wir uns praktisch genügend Gier für Multischuss oder dann eben für ein Rapid-Fire farmen können. Die Spielweise ist auch eine sehr, sehr einfache. Wir stellen die Towers für jeden Tower, also für jeden dieser Geschichtstürme, die stehen, erhalten wir aufgrund des 6er-Set-Bonus von dem Marodeur-Set 12.000% mehr Schaden auf gewisse Fähigkeiten, und da ist eben mehrfach Schuss auch dabei. Das bedeutet also, ihr seht hier unten auch immer die Türme stehen, das heißt wir stellen die hin und dann schießen wir los. Zusätzlich haben wir noch ein bisschen was mitgenommen, was ein bisschen Zähigkeit bringt. Wichtig ist halt im Endeffekt, dass wir so schnell wie möglich unsere 5 Türme hinstellen, denn dann haben wir den vollen Damage-Bonus und dann kann man hier schön flächendeckend alles platt machen. Man muss jetzt dazu sagen, wir spielen einerseits nur unter Anführungszeichen auf Qual 15, also zu Beginn würde ich eher vielleicht noch auf 13, Qual 13, Qual 14 gehen, weil der Damage wird zwar reichen, aber es wird eher an der Zähigkeit scheitern und sobald ihr dann die ersten Paragon-Punkte und so weiter mitnehmt, sieht das Ganze dann natürlich dementsprechend schon besser aus und dann könnt ihr auch ohne Probleme hin oder höher stellen. Man muss auch dazu sagen, von der Skillung her, die eignet sich verhältnismäßig zu den Starter-Skillungen sehr gut zum Farmen, weil Multischuss gut ist. Das Problem, was wir hier halt haben, ist, wir müssen immer unseren Damage aufbauen, bedeutet also, wir müssen natürlich hier immer zuerst all unsere Türme hinstellen, denn erst wenn diese 5 Geschütztürme stehen, dann können wir unseren Schaden ausfahren. Das hat deswegen eine leichte Zeitverzögerung, bzw. wenn wir die Ebene wechseln, haben wir das gleiche Problem. Sobald wir die Ebene wechseln, dass wir die Türme komplett neu bauen müssen. So, dann gehen wir mal zurück in die City, weil wir wollen natürlich ja auch mal gucken, was wir so haben. Also gleich mal hier die Ziege, die gibt es am Live-Server nicht. Die Frage kommt immer wieder, das ist ein PTR-Händler. Das Video wird nämlich am PTR gemacht, weil Season 18. Mal schauen, was zukünftig kommt. Und hier in den Kanais-Würfel nutzen wir die Morgendämmerung, wir nutzen den Aschermantel, also wir haben das Ganze auf Feuer umgestellt. Was einfach daran liegt, dass wir uns ein bisschen ein paar Ressourcen schonen und wir nutzen den Zusammenkunft der Elemente. Dann, wie schon gesagt, ein voller Set. Wir nutzen die neue Halskette, die Krümelchen-Halskette, welche 100% mehr Schaden macht, solange wir keinen Schaden erleiden. Es gibt jetzt momentan noch keine Einblendung in der Buff-Leiste. Ich denke aber, dass besser das bei Hotfix hinzufügen wird, dass man praktisch in der Buff-Leiste sehen kann, wann die Halskette aktiv ist und wann sie es nicht ist. Zusätzlich spielen wir noch mit einem Zeiss Stein der Rache und wir spielen noch mit einem Obsidian Ring für CDR. Also Obsidian Ring müsste vielleicht nicht unbedingt sein. Da könnte man gegebenenfalls noch was anpassen oder austauschen. Wichtig wäre vor allem der Bombenrucksack, damit wir mehr Türme stellen können, weil jeder Turm ist hier natürlich purer Damage. Wir haben jetzt hier dreimal Standard, der Bombenrucksack erhöht ist und dann gibt es natürlich noch die Maß an Fertigung, welche auch noch wichtig wäre, weil natürlich die Aufladung an eurer Geschütztürme auf drei erhöht wird. Der Rest kommt dann noch aus dem Rucksack und damit haben wir dann wirklich die Möglichkeit, hier unsere fünf Türmchen hinzustellen. Von der Skillung her selbst, wir nutzen Ausfallschuss mit Fokus, Mehrfachschuss eben wie gesagt mit Arsenal. Dann möchte ich hier nochmal sagen, natürlich könnt ihr das Ganze auch mit Splitterpfeil spielen. Wenn ihr sagt, ja okay, Multischuss ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, dann könnt ihr das Ganze auf Kälte spielen mit Splitterpfeil. Dann müsst ihr aber auch die Waffe tauschen und auf einem Antikor wechseln, weil ansonsten verschwendet ihr einfach viel zu viele Ressourcen und könnt dann damit durchlaufen. Funktioniert auch genauso gut, aber ich finde halt, es ist mit Multischuss vielleicht noch einen dicken angenehmer und es geht auch ein bisschen schneller, gefühlt für mich. So, dann haben wir hier Salto mit Flickflack, Rache mit Kroll für unsere Ressourcenregenerierung, die Geschütztürme mit Polarstation und den Wolfsgefährten, also auch Gefährte mit Wolfsgefährte. Passiver Talente, wir nutzen hier Ballistik, wir nutzen hier Bewusstsein, Maßanfertigung, Auslese. Bewusstsein ist ja das NAB-Talent, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Maßanfertigung, brauchen wir sowieso für die Tower. Auslese könnten wir gegebenenfalls austauschen und das gleiche gilt auch für die Ballistik. Also wenn ihr lieber noch, keine Ahnung, irgendwas haben möchtet, wie taktischer Vorteil, um den Speed ein bisschen zu erhöhen, könnt ihr das mitnehmen oder aber nehmt vielleicht noch Lebenslauf mit, damit ihr euch ein bisschen besser gegenheilen könnt, weil zähigkeitstechnisch sieht das Ganze ohne Paragon und so weiter noch nicht ganz so gut aus, deswegen auch auf jeden Fall hier die Diamanten für Allresi praktisch in die Rüstung geklatscht, weil wie ihr hier seht, oh, das sieht ganz düster aus, Blitzwiderstand ist nur bei 600, deswegen kriegen wir davon auch extremst viel Schaden. Also die Widerstände, die müsst ihr hier auf jeden Fall am Start im Blick haben, weil wir haben ja keine Paragon. Wenn ihr dann anfangt die ersten Paragon-Punkte zu verteilen, dann gibt es ja hier nochmal ein paar Punkte über Allresi, dann sind wir zumindest schon mal 900 oder bei 1000 und dann sieht das Ganze gleich mal wesentlich angenehmer und besser aus. Also das dürft ihr natürlich nicht vergessen, dass aus den Paragon-Punkten, neben dem Damage für Crit, der Tag Speed, kritischen Trefferschaden und dann natürlich der Main-Stat, da kommt auch ein bisschen was in die Zähigkeit. Also mal Widerstände, die Rüstung leben, das macht dann auch ein bisschen einen Unterschied. Aber besonders am Anfang, einfach mal drauf gucken, deswegen auch die Idee, nicht zu hoch spielen, es bringt euch eh nichts, es geht hier in Diablo immer um Speed, bedeutet, also ihr solltet schauen, dass ihr so schnell wie möglich die Rifts cleart, damit ihr eben diverse Items kriegt und ihr könnt natürlich auch mit der Skillung euer 70er-Portal abschließen, um die sogenannten Primals oder akarischen Items freizuschalten. Also nicht zu vergessen, ihr müsst einen Solo 70er in der Season machen, damit ihr hier das Ganze freischaltet. Die haben dann zwar nur eine Drop-Chance von einem Prozent, aber ist trotzdem wichtig und ein garantiertes Primal-Item gibt es dann am Ende und das ist mit dem Set definitiv möglich. Also da könnt ihr mit ein paar Paragon-Punkte schon ohne Probleme durchspielen. Das soll dann soweit kein Thema sein. Okay Freunde, das war es ja jetzt wie gesagt, eine Starter-Skillung für alle, die Demon Hunter spielen wollen. Ist eine ganz gute Idee, vor allem es gibt einen neuen Multischuss-Build, mit dem kann man wirklich gut farmen, also für Zähigkeit und Atem des Todes, weil das Atem des Todes-Set wurde ja geändert und dann gibt es noch Rapid's Fire und sobald das frei ist, werde ich euch das dementsprechend hier nochmal verlinken und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer twitch.tv slash jessebox und jetzt, wenn es noch irgendwas gibt, ab in die Kommentare und ich wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.